Debbie! Debbie! Danny! Mr. Stack! Was ist denn los? Ich muss zu Dr. Deming. Wo ist er? Beruhigen Sie sich, bitte. Was ist passiert, Mrs. Ashton? Man... man wollte... mich umbringen. Was? Wer wollte Sie umbringen? Ich... ich weiß es doch nicht. Erzählen Sie der Eile nach. Ich... ich wollte gerade zu Bett gehen. Plötzlich betritt er den Raum. Wer? Wer hat den Raum betreten? Mrs. Ashton? Wer? Ein... ein Engel. Es war ein... ein schwarzer Engel. Er hat sich wieder da! Aber Pien... Es揮igt sich gut. Ich hab mir Return!